Jetzt ist er wirklich den Berg hinauf, mit neuen Gegnern. Und wieder diesen... diesmal keinen Feuer bellen, sondern... Was war deren... Moment? Ah, Granatenbomber. Okay, ja gut. Und dann versuchen wir das nochmal. Einmal Ekstase. Und erledigt. Ja, voll los. So muss das. Ja, nochmal. Nice. Und Lolo, du erledigst jetzt einmal wen hier noch mit Wachter. Oh, ganz knapp. Okay. Dann erledigt Wachter den Rest. So. Und nicht. Ich muss gerade nochmal... es tut mir leid, aber... Ich muss hier doch noch einmal gerade... alle Punkte ausgeben, die ich jetzt gerade wieder angesammelt habe. So. Äh... ich... So. Und... Oren. So, den hier. Und dann... Hm... Ja. Neh... 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 so jetzt mal wieder gleich nach oben will die auch noch auf so und ich bin hier wieder durch und jetzt geht's los den langen weg den berg gaga verpina da die rauf nach oben oder wie ist das hier Oh, die erste erledigt. Ja. Jetzt ist Jena dran. Autsch. Hulu wetzel ich gleich aus. Oh nein, Juhu. Oh nein, Juhu ist verwirrt nach voller Wurst. Kann ich gerade nicht auswechseln. Oh. Der hat gesessen. Oh, verdammt. Hätte ich sie auch noch erledigt. Einen Moment. Ich setz erstmal eine Königspäde ein. So. Ähm. Hatte ich jetzt schon einmal? Ich glaube, fast ja. Ja, ich denke schon. Den kann ich jetzt einfach irgendwie nehmen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das sind die Ingenzigen. Die Ingenzigen. Ja, ich weiß. Kann man das verbeten? Ne. Es war einfach nur ein Mahnmal für die Medien, die Leben hier am Berg gelassen haben und ihre Aufgabe nicht erfüllen konnten. Leider. Let's end this. Ähm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Teurer? Na gut. Kann ich schon einsetzen, aber das muss halt noch nicht genug sein. Ähm. Jetzt ist Reco dran. Oh. Lass mal was klauen wieder. Und tausche ich mit Juna. Ego tausche ich mit Waka. Und Lulu. Nur mit Auron. Und Piedis. Und unsere drei starken Jungs hier einfach... es nicht schnell erledigen können. Ich hab Kimahri vergessen. Naja gut. Oh. Das hätte ich jetzt gerade nicht gedacht, dass das Hedus schon hinbekommt. Oh. Aber jetzt bekommt ihr dieses Kimahri noch ein paar Punkte. Sehr gut. Wie auch bei den anderen, bei den Flammenbombern, muss man hier natürlich auch was mit Wacken. Mit jedem physischen Angriff. Aber da wir schon soweit stark sind, dass es einfach nicht notwendig ist, das heißt gar nicht. Wir holen uns mal erstmal keine großen Sorgen drum. Das endet jetzt. Enough. Das ist jetzt halt. Hier muss man auch immer so ein bisschen die Augen offen halten, denn es gibt hier auch immer noch ein paar versteckte Sachen, die man finden kann. Zum Beispiel auch Pisten zum Beispiel, die in versteckten Gängen sind. Wenn man dem Weg folgt, kann man ihnen manchmal begegnen. Und wenn man achtsam ist. Oh, ja, Lulu ist nochmal dran. Die Feuerwehr wird nicht... Letztendlich, eventuell? Oh, es geht. Ich kann gerade Riku austauschen. So. Und... Kann ich jetzt nochmal mit Orwen einsetzen? Und der ist in der Kistisch. Wie zum Beispiel hier. Das ist nämlich ein kleiner Geheimgang. Und auch ein Steroid. Der ist jetzt ziemlich offensichtlich gewesen. Trotzdem, wenn man nicht aufpasst, kann man den ziemlich leicht auch... Kapitän. Äh... Ich muss jetzt auch einfach mal Vitra bei Lulu einsetzen. Einfach nur beten wird nicht gerade großartig was bringen. So. Ähm... Könnte ich vielleicht auch mal sowas einsetzen? Zum Beispiel. Ja. So. Ach, was dachte ich jetzt hier gerade rum? Jetzt will das... Das Aschura jetzt so schnell wie möglich erledigt haben. Äh... Und zwar bin ich jetzt hier dafür wieder Orwen. Kurzer Prozess jetzt hier. Und hier haben wir einen Spheroiden von Ruska entdeckt. Und schauen wir uns natürlich an. Hm. Oh, by the way. Jekt und Oran senden ihre Regards. So far, our journey has been very entertaining. Of course, it is a hard journey. But I have no regrets. It is the path I have chosen. Yuna. When you have grown, you will have to find your own path. Do what you must do, the way you want to do it. Doors will always open themselves to those who do. Listen close, Yuna. Your future is yours to make. Live the way you want to. Whatever way that may be, you have your father's full support. Yuna, I will always be with you. Hm. Ich habe hier im Hintergrund Jekt gesehen, wie er da einfach mal ohne Schuhe im Schnee herumgelaufen hat. Ohne irgendwie, was da gut ist. Ähm. Da habe ich, selbst als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, da habe ich mir nur gedacht, so, in der Sieg ist das jetzt gerade nicht so ganz. Also, es, das stimmt so irgendwie nicht so hundertprozentig. Alle tragen irgendwie Duel. Gut, okay. Waka trägt auch jetzt hier die Klappen, quasi. Und Riku läuft jetzt auch nicht gerade sehr warm angezogen an. Also, warum, ne? Ja, davon wollte ich jetzt gerade nicht mehr anfangen. Aber, vielleicht rennt einfach mal barfuß über den Berg. Also, ne? Wollte ich nur mal so kurz angemerkt haben. Ich glaube, jeder hat sich das irgendwie mal so ein bisschen gedacht. Als er das Spiel gespielt hat oder sich das angeschaut hat. Aber ich muss das jetzt hier einfach mal auch loswerden. So. Was? WTF? Bist du mir ja ernst? Aber anscheinend ja. Das ist deren Ernst. Hätte man nicht irgendwie Jack dann, keine Ahnung, ein paar Schuhe geben können oder so? Ich weiß nicht. Aber so ganz ohne Schuhe, beim Blitzball, ja, verstehe ich das von ganz. Ne Ahnung. So ein paar Schuhe wie, wie, wie Walker zum Beispiel. spielen. Na? Die halten jetzt zwar auch nicht unglaublich warm, aber sie schützen wenigstens den Pult vor dem Kriis. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Lass mich drüber weiter diskutieren. Ich gehe erst mal hier entlang. Dann gehe ich nämlich hier gleich nach unten weiter. um das hier noch aufzuhüllen. Und dann gehe ich jetzt hier nämlich noch nach unten gleich weiter. und dann gehe ich jetzt hier noch ein Abwehrscheroid. mal gleich hier nach unten gehen. Und dann gehe ich jetzt ein Abwehrscheroid. So. Und dann gehe ich jetzt hier noch ein Abwehrscheroid. Dann gehe ich hier noch ein Abwehrscheroid. Und dann gehe ich jetzt einen Abwehrscheroid. Eine Attacke, die damit gut ist und alle Gegner auch einmal treffen kann. So. Aber ich möchte ja auch noch weiter nach unten, denn dort ist nämlich unten rechts ist nämlich dann die Kadesmagie. Die möchte ich unbedingt freischalten. Die einem nämlich ermöglicht, zwei Zauber auf einmal zu wirken. Also hintereinander quasi. Das finde ich schon ziemlich nice und ziemlich praktisch. Die Magie von Kimahui einfach mal dreimal erhöht und dann setze ich hier hier einen Abwehrsferoid rein und einen Z-Abwehr auch noch hier rein. Und hier. Dann gehe ich jetzt nämlich nochmal nach rechts rüber und dann geht's nach links weiter. So. Und hier nochmal ein Geschick. Und ich bin wieder durch und alle sind jetzt wieder wunderbar aufgefüllt. Da. Ich bin wieder durch. Bis zum nächsten Mal.